Hallo und herzlich willkommen zu Quizabend. Ich muss noch Displayportale bestellen. Mit unseren heutigen Quizteilnehmern Matthias, Jona, Moritz und Noah. Hallo. Julian ist als Zuschauer dabei. Er möchte nach seinem Erfolg letzte Woche einfach nicht mehr teilnehmen, damit er in der Gesamtwertung bei 10 Punkten pro Spiel bleibt. Also ich hoffe ja wirklich, dass du das nochmal machst. Und dann werde ich auch wieder teilnehmen. Aber ich kann den heutigen Abend einfach nicht mehr, den will ich einfach nicht mehr anpacken. Alles gut. Vollstes Verständnis. Also mehr als 0 Punkte. Falls ihr die erste Folge nicht gesehen habt, schaut da gerne rein und schaut dann auch nochmal in das Regelvideo auf jeden Fall rein. Wir fangen jetzt an mit dem... Genau. Wir fangen jetzt an mit der Schatzfrage an, ob ich gehört. Wir fangen jetzt mit der Schatzfrage an, die ich natürlich gerade nicht drüber kopiert habe. Das ist bunt und rund 500. Deswegen seht ihr mal kurz dieses Fenster. Und ich kopiere mir mal kurz hier... Warte mal, das kann ich nicht machen. Das sind nämlich die Antworten von letzter Woche zu sehen. Das kannst du machen, wenn es nur die Antworten von letzter Woche sind. Nee, darunter sind die Antworten von jetzt. Ähm... Achso, das ist ja lang. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich bin ja... Was für den 2 im Moni tun? Ich mach das mal so. Ne, 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 ne. Ich mach das jetzt so. Dann seht ihr das auf keinen Fall. Aha. Aha. Also die Antwort auf Fußball 30 ist 25. Nürnberg. Könnte wirklich sein. War mein Erstligaklub. So, jetzt... Okay, viel mehr gelandet, ey. Bitten wir Sie, diese Verzögerung... Ja, wir haben den Luftdruck des Beils gecheckt. Das ist gerade... Professionelles Quiz mit Tobi sollten wir das hier nennen. Das Format heißt Quizabend. Also ich finde, da ist schon die alle Professionalität drin. Ja, das stimmt. Das war der Früge. Nee, nee. Das heißt jetzt das ganze Format gleich so. So, die Schätzfrage ist... Bitte als Nachricht an mich. Wie lang war Zeit, dass sich was dreht? Von Grönemeyer in den Charts. In Wochen. Und wir möchten ein Intervall zwischen 20 und 70 Wochen. Gebe ich euch vor. Top 1, Top 10 oder Top 100? Das war nach meinen Recherchen in den Top 100. Meine Recherchen ist sofort. Okay, und das Intervall ist 20 bis 70? 20 bis 70, ja. Wenn ich jetzt 20 bis 70 hätte, ich glaube, ist das richtig, ne? Nein. Intervalle sind hier nicht die richtige Antwort. Ja, aber das ist keine zulässige Antwort. Du darfst nur die Zahlung der Intervalle annehmen. Okay. Ich rate noch auf Jona, weil der muss natürlich ja noch... Das reicht eine Zahl, richtig? Oder muss ich auch noch Wochen dahinter schreiben? Nein, das reicht die Zahl. Okay. Ich frag nur. So, ähm... Wichtig, wichtig. Noah ist der Jay der Runde. Wir gehen jetzt mal einfach von der... Wir gehen mal von der größten Zahl. Jona sagt tatsächlich 69 Wochen. Das ist knapp noch im Intervall drin. Matthias sagt 52. Mofi sagt 47. Und Noah sagt 42. Sehr gut. Und damit kriegt Noah den Start, denn es sind 37 Wochen gewesen. Wenn er es 37 Wochen sind und Noah am weitesten weg ist. Ja, 42 ist er am nächsten dran. Achso, Entschuldigung. Ja, jetzt ist 69. Jona. Das ist Jona. Und jetzt verwechseln dich Jona und Noah. Jetzt verwechseln wir uns jetzt hier schon. Ey, das ist ja unglaublich. Wieso jetzt hier schon? Ich verwechsel euch nur hier. Ja, wo sonst, ne? Entschuldigung, da bin ich mir diese zu... Merke schon. Alles gut. So, das heißt, anfangen darf tatsächlich Noah mit einer Kategorie, die er sich aussucht. Mit einer Punktezahl. Wir haben... Welche Kategorie ich nehmen würde, wenn ich... Wir haben heute die Kategorien vielleicht für alle nochmal vorgelesen. Weltall 20. Ruhrgebiet. Nein, Alleranfang ist schwer. Alleranfang ist schwer. Doch, zum Anfang. Kanzler und Präsidenten. Scharf und gefährlich. Ich weiß nicht, wie ich auf den Kategorien angekommen bin. Und Unterbindestrich. Ähm, dann nehme ich, äh, wie Jona oder Noah schon angefangen hat. Alleranfang ist schwer 20. Los geht's. 20 direkt. Alter. Ja, haut da einen raus. Ich muss wissen, womit ich hier zu tun habe. Ich war jetzt nur so zur Hälfte. Ich bin dabei und hab nicht Wurmlauch gehört. Okay. Welches Lied beginnt mit den Zeilen? At first I was afraid I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. Echt? Echt? Ähm, I will survive von Aretha Franklin müsste das sein, oder? Das sind 20 Punkte. Das ist mit der Arten. Ja, Tui, also da hast du gute Schwierigkeiten für den Punkt. Wurmloch. 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 Ähm. First I was afraid I was petrified. Ja, natürlich. Und im Kopf ging so halt, ah, filmst du mal. Da hatte ich direkt diesen Jesus, der durch London läuft. Jesus. Oh, oh. Jesus. Oh, Jesus. Vielleicht hätte ich diese Frage nicht, also ich hab sie echt gedacht, dass die vielleicht für, für, für euch, äh, schwieriger ist, ja. Ich dachte mir lieber, wie die in die Kategorie alle anfangen, ist schwer, passt. Ja, weil der Anfang des Liedes halt in der Frage gestellt wurde. Zudem, zudem singt sie auch First I was afraid. Also, sie singt auch in First I was afraid. Ja. Das mit so viel Meta-Witz drin. Alles klar. So, Mofi, dann, äh, schlag das. Äh, nee. Haha, nee. Ich möchte wissen, was die Unterkategorie ist, deswegen nenne ich einfach mal unter vier. Vier? Unter 20, unter 20. Nein. Okay. Ich weiß unter 20, aber 19, 18, 17. Ja, das ist nicht falsch. Also, komm, vier. Wie heißt eine Prachtstraße im Berliner Ortsteil Mitte, die zwischen dem Forum Fridi Fridericianum und den Pariser Platz verläuft? Und den Pariser Platz verläuft. Ich hab keine Ahnung von der Straße. Die ist super einfach, wenn ich mich nicht irre. Das wird, glaube ich, auch irren. Hier steht ja vielleicht ein Hinweis in der Fragenkategorie drin. Ja, unter. Nee, die Straße heißt nicht unter. Das weiß ich schon. Jetzt schreibt David in die Kommentare Unterstraße. Verdammt, ich kann hier buzzern. Ich buzzer euch mal, ich mach euch mal die Buzzer frei hier. Also, ja, jetzt warte doch mal. Ach, du willst unter, erst unter war nicht deine Antwort. Nein. So. Als ob. Also, so blöd. Kannst du die Frage gleich nochmal nennen? Ja. Könntest du die Frage nochmal nennen? Ja, ich lese die doch mal vor. Gut. Ich hab keine Ahnung, untere Bachstraße. Untere Bachstraße. Wie heißt eine Prachtstraße im Berliner Ortsteil Mittel, die zwischen dem Forum Fridericianum und dem Pariser Platz verläuft? Ich werde jetzt den Buzzer freigeben und einfach mal gucken. Jona hat als erstes gebuzzert. Jona. Unter den Linden. Ja, das ist richtig. Aber das hatte ich auch erst drin, nachdem das unter war. Weil ansonsten hätte ich dort nämlich jetzt gerade den Kurfürstendamm. Weil das ist ne Prachtstraße. Ja, Kurfürstendamm, das kennt man ja noch. Aber hab ich schon ohne Scheiß. Echt? Unter den Linden. Das ist auch ein Format auf Phönix gewesen. Oder ist das immer noch? Ein Polit-Talk. Ja, aber hab ich da nie gehört. Unter den Linden. Okay. Aber Jona, sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber das ist gut. Damit hab ich jetzt die wunderbare Möglichkeit, ich kann mich erst mal gegenüber Moffi schon mal einen kleinen Vorschlag machen. Sagen wir es mal so, Noah hat einfach Eier bewiesen, indem er sich getraut hat, eine 20-Punkte-Frage am Anfang zu nehmen und hat Glück gehabt, dass das die einfachste von den 20-Punkte-Frage. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, ich probiere jetzt mal eine von den beiden Kategorien. Ich glaube, dass ich mich auskenne. Ich probiere jetzt mal mit Bundesliga 8. Bundesliga 8. In welcher Sportart sind die Eisbären Berlin und Adler Mannheim mit sieben Meistertiteln am erfolgreichsten? Eishockey. Eishockey. Das ist Eishockey. Julian, die Frage war, spult einfach ein Video zurück. Welches Lied beginnt mit At first I was afraid I was petrified. Captain, thinking I could never live without you by my side. I will survive? Ja. Gut. Gut 20-Punkte-Frage. Das ist eine gute 20-Punkte-Frage. Jona, bitte. So, ähnlich wie Matthias. Ich bin nicht der Meinung, dass ich bei der Kategorie Bundesliga vermutlich gar nicht mal so schlecht abschneiden will. Jetzt sind die 8 Punkte schon weg und die hätte ich beantworten können. Gehen wir dementsprechend zu den 12. Okay. In welcher Sportart spielen unter anderem folgende Vereine in der Bundesliga? FC Bayern München, Löwen Braunschweig, Rose Bamberg, Hamburg Towers, Ratio Farm Ulm und WG Göttingen. Ich mag Grazio Farm Ulm. Basketball. Basketball. Sehr gut. Also, es geht nicht um eine Sportart hier bei Bundesliga offensichtlich. Aber ich habe herausgefunden, dass ich Eishockey antworten musste. Ich hatte mal in fester Meinung, das kann ja Bundesliga-Frage. Ich muss mal gucken. Aber ich habe jetzt beide gewusst. Das ist ganz gut. So, Moritz, zweite Runde. Du darfst anfangen. Du hast mich schon 0 Punkte. Oh, nee. Ich nehme nie wieder die Unterkallelung. Eine gute Wahl, würde man jetzt als Kellner sagen. Oh, Quatsch. Könnte auch was Unterrichtsmäßiges zum Vorkommen. Könnte man als Oma sagen, oder wie? Naja. Oh. Also, die Straße kann es nicht werden. Ja, dann. Dann nehme ich 8. 8 unter 8, oder was? Ja. Unter 8, denke ich. Also, ich möchte doch Matthias eigentlich nur den Gefallen tun, dass er in der Runde nicht mehr hat. Bis ich am Ende wieder alles setze. Verdammt. Und dann setze ich einfach nur ein Match. Ja, das ist clever. Und ein 0 Punkten. Wie heißt ein im Zweiten Weltkrieg spielender Film, der die Erlebnisse der Besatzung eines deutschen U-Boots auf Feindfahrt während des U-Boot-Kriegs der Atlantik-Schlacht schildert? Ist das deine Antwort? Ja. Ich meine das Boot. Mit Herbert Grün. Ich meine, es geht jetzt um ein Unterseeboot, deswegen unter. Ja, ja. Ich war gerade bei einem Film aus dem zweiten. Der Untergang! Das ist auch schändisch. Ja, also dann kam das mit dem Boot und da habe ich gedacht, nee. Ich war bei U-Boot, war ich erst mal bei 20.000 Meilen unter dem Meer, aber das spielst nicht im Zweiten Weltkrieg. Bei Jagd auf Rot auf Oktober. Ja. Auch schön. Aber das Boot hast du doch die Serie gesehen, Matthias. Ja, ich hätte auch das Boot gesagt. Achso, okay, das ist ja gut. Als erstes im Kopf war ich bei Jagd auf Rot auf Oktober. Du darfst dir jetzt was aussuchen. Ich fahre am lustigen Quizabend mit Tobi. Du darfst erst was aussuchen, Matthias. Ich darf mir was aussuchen. Ja. Dann nehme ich, dann nehme ich, dann nehme ich damit. Ich muss jetzt Jonas ein paar Punkte klauen. Ich nehme Bundesliga 16. Schön, schön. Der THW Kiel ist deutscher Rekordmeister im Hallenhandball. Welcher Verein ist auf Platz 2 mit zwölf Titeln? Rein Mika-Logen. Nee, lag da nichts. Schade. Dann ist es das andere. Okay, das andere. Ich mache mal Clearpoint. Wollt ihr euch jetzt drüber betteln? Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Und dann sagst du mir bitte, was das andere gewesen wäre. Ja, und setz uns jetzt ruhig nochmal vor den Händen. Alles klar, ich gebe mal den Buzzer frei. Und dann gucken wir mal. Der Moritz hat auch zuerst gebuzzert. Bitte. Der erste CFR Pops. Haha, nein. Jona? Viel Vereinigung. Irgendwas. Badenberge. Äh, nein. Das ist Handball, ne? Jetzt gucken, ob Noah gebuzzert hat. Ich habe nicht gebuzzert, weil ich keine Ahnung von Handball habe. Soll ich dann mal ein Zweifelkampf von Handball abfahren, um dann irgendwas reinzwerfen? Also Noah darf jetzt noch ein Gäst machen. Der hat mich jetzt noch gebuzzert. Ich nehme die Hammer Eisbären. Haha, nein. Ein Eishockey. Matthias, dein zweiter Guess. Dann nehme ich als zweitens die TSG Fensburg-Handewitt. Nee, das ist auch nicht der richtige gewesen. Es ist der ehemalige Verein von Alexander Bormus. Das war doch der andere, wo er in NRW gespielt hat. VfL Gummersbach. Ach, Gummersbach, ja, Gummersbach gibt es auch noch. Stimmt. VfL Gummersbach ist hier der gesuchte Verein gewesen. Ähm, Jona. Wenn Sias versucht, mir Bundesliga 16 wegzunehmen und dafür keine Punkte kriegt, dann nehme ich ihm Bundesliga 20 weg und kriege dafür keine Punkte. Haha, das ist ja gut. 1991-92 gab es die erste gesamtdeutsche Bundesliga-Saison nach der Wiedervereinigung. Welches Team wurde in dieser Saison deutscher Meister? Tipp, es waren weder Dortmund noch Bayern. Ja, das hätte ich dann bekommen. Okay. Ähm, Schalke kann es auch nicht sein. Es ist, äh, zu neu. Ähm. Schalke kann man euch so schön verschirmen. Hahaha. Äh, was haben wir denn? Das ist bestimmt einer der klassischen Großen. Also, vermutlich Bremen oder, achso, das wollte ich jetzt nicht mehr richtig erinnern. Na, mach uns weiter. Das ist, wo's gesagt Bremen. Drücke dich aus. Entweder Bremen oder Hamburg, werde ich jetzt raten, weil ich weiß es nicht. Ähm. Ich weiß, dass ich eins der beiden wählen muss. So, das, da muss ich der Kiesmaß dann nicht weiter darauf hinweisen. Ähm. Waren es die Roten Teufel? Nee, Gladbach. Ich sag Gladbach. Gladbach. In der Dänen. Bremen oder Hamburg? Waren es die Roten Teufel? Da ist man dann bei Kaiserslautern. Ich sag Gladbach. Ähm. Gladbach ist falsch. Gladbach ist eine Antwort. Gladbach ist falsch. Ich werde den Buzzer freigeben. Jetzt. Moritz. HIV. Nee. Matthias. Ich gehe tatsächlich mit Kaiserslautern. Auch nicht. Noah? Schade. Noah, darfst auch noch ein Kessel. Ja, ich würde einfach mal mit Schalke gehen, weil du gesagt hast, doch, man mit Bayern. Du bist nicht. Ähm. Noah. Noah. Matthias, du. Matthias. Ich hab keine Ahnung vom Fußball. Ja, das ist auch alles kein Problem, aber mach mal die Stadion-Tour beim Signale Duna Park, wenn du, wenn das vieler geht. Ja, ich hab's auch haben sagen können. Äh, da, Herr Lernst. Ja, wir haben ja so viele Bundesliga-Meister-Ropp gewonnen. Matthias. Matthias, frag mal bitte deine Mutter an dieser Stelle, wann Schalke das letzte Mal Meister war. Nee, war ja nicht. Ich kann ja mal ziemlich präziser sagen, dass es 58 war. 1958 war Schalke zum letzten Mal Meister. Ja. Hat jemand noch einen Typ vielleicht offen oder so, außerhalb der Konkurrenz? Oh, Nürnberg. Nürnberg nicht, aber es geht in die richtige Richtung. Dann sag ich jetzt mal Freiburg. Nee, das ist wieder die feindliche Richtung. Freiburg nicht, aber das daneben. Das ist tatsächlich Stuttgart. Ach, Stuttgart. VfB Stuttgart war's. Nein, wann ist Stuttgart neben Freiburg? Ja, ja, und grafisch gesehen ist es da unten genauso nah zusammen wie das Goreby. Ja, hey, na, Karlsruhe. Ich habe mich selten so doof gefühlt, wie gerade eben als Matthias da lachend auf dem Stuhl saß und mir gezeigt hat, wie scheiße dumm ich bin. Nein, Noah, Noah, Noah. Der Schalke kann sich nicht ein, das ist zu neu. Weißt du was, Noah? Du kannst ihm das jetzt heimzahlen. Du hast mit 20 Punkten die meisten und bist jetzt dran. Du kannst jetzt deinen Vorsprung noch viel weiter ausbauen. Oder Matthias, die Bundesliga hat nur 4 Punkte weg. Boah, ganz kurz. Das hat nix mit dumm sein zu tun. Überhaupt, überhaupt nicht. Überhaupt, rein gar nichts. Das ist halt einfach, wenn du einmal als aktiver BVB... Wenn du halt aktiver BVB-Fan bist, dann bekommst du immer sehr, sehr gut mit, wie lange Schalke schon keine Meisterschaft mehr geholt hat. Seit 58, habe ich gehört. Ja, richtig. Also, falls jetzt einer von Tobis zu schlauern Schalke-Fans ist, es ist nicht mein Problem. Und deswegen sage ich, ich mache die Stadion-Tour im Westfalenscheidon, sobald das wieder geht. Das können wir auch gerne zusammen machen, weil da bekommst du nämlich gesagt, dass das... Bekommst du das nämlich auch beigebracht. Das ist doch schon ein bisschen her. Aber das ist keine, wirklich keine Schande, das nicht zu wissen. Sagen wir es mal so, Schalke ist auch im Moment eher nähert an... Was warst du? Bundesliga für zwei Punkte? Bundesliga für zwei, ja. Okay. Vielleicht ist das ja was für mich. Welches aktuelle Bundesliga-Team hat in seinem Stadion die größte Kapazität? Das ist der BVB. Du hast aber Glück gehabt, Noah, ne? So was kann man eben vorhaben. Ja, das weiß ich. Sehr gut. Irgendwas mit über 80.000, aber genau weiß ich es auch nicht bezahlen. 81.000. Ja, 81.000. 81.000? Es ist aufgrund von 82.000. Ich habe es nicht recherchiert, wie viele es genau sind. Das wird jedes Mal, wenn kein Corona wäre, wird jedes Mal gesagt, dass es ausverkauft ist. Ich würde die auch immer ausverkaufen. Ja. Das stimmt. Nur ausverkaufen. Ausverkaufen misst dich ja an den Anzahl verkaufter Tickets. 81.365. Ja. Okay, Mofi, du darfst dir eine Kategorie aussuchen. Das muss man beachten, nur in Bundesliga-Spielen. In Champions-Siege spielen sind es irgendwas um die 65.000, weil da keine Stehenplätze sind. Genau, weil dann nur die Stehenplätze zu Sitzplätzen werden. Weil dann auf der Süd auch die absolut bequemen... Die absolut bequemen, die Metalldinger runtergemacht werden. Ja, richtig. Nach meiner letzten Geschichtsstunde, wo wir über Kanzler und Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland geredet haben, würde mir jetzt eine Frage einfallen, die ich beantworten könnte. Wie heißt die aktuelle Bundeskanzlerin? Nein, die hat was mit Musik zu tun. Und von einem Schwierigkeiten zu machen. Ich hätte sich nicht... Auf Kanzler und Präsidenten 12. 12. Also die Frageraten finde ich... Das finde ich auch schon... Das finde ich auch schon mutig. Das ist geil. Das ist wirklich cool. Wie oft stellte die SPD bisher den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland? Und hier ist gesucht, die Anzahl verschiedener Kanzler, nicht die Anzahl an Kabinetten, die diese Kanzler dann insgesamt hatten. Gesundheit. Ich hätte sagen können, wie oft der Präsident von der SPD gestellt wurde. Das wäre die 16er-Frage gewesen. Boah, warte mal. Adenauer? Nee. Sei doch mal ruhig da hin. Du sollst mir eine Anzahl sagen. Wurde dir jetzt von der Seite rein souffliert, dass Adenauer von der CDU kommt. Ich habe gesagt, Adenauer kam aus dem Hintergrund falsch. Hätte ich dir jetzt auch sagen können. Aber dass Adenauer keine Zahl ist. Ja. Das kommt jetzt auf die Kodierung an. Ja, im Straß ist 38.000 Union. Du musst gar nicht so hoch gehen. Du musst zum R kommen. Achso, ich dachte, Adenauer an sich wäre die Zahl. Du kannst natürlich AD eher sein. Ich gehe gerade nochmal eben rüber. Bis gleich. Ja, bis gleich. Ich gehe mit 3. Das ist richtig. Wen habe ich vergessen? Ich habe Schröder und Brand. Denn Helmut. Ich weiß es nicht. Der Schmidt. Schmidt? Der war auch SPD, ja klar. Ja. Ich glaube wohl, dass der nicht CDU war. Das ist der André Helmut. Der war CDU. So, Martin. Ja, bitte. Jubi Strand. Ja, genau, oder? Ja. So, Bundesliga kann nicht mal. Ich nehme jetzt Ruhrgebiet 8. Ruhrgebiet 8. Wie heißen das Projekt der Bahn und die damit verbundenen Linien, die im Zentrum des Ruhrgebietes in Zukunft einen 15-Minuten-Takt anbieten sollen. Scheiße. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, oder echt? Ich bin überlegen. Ich habe mir was Lustiges geholfen. So. Ich halte es nicht, aber ich glaube, ich weiß nicht. Außer ich möchte noch ein Momentchen sehen, wie Noah da ruft. Ja, das hatten wir vorhin schon mal. Mit Julian und Mofi. Da hat Julian gewonnen. Ich hasse ihn. Hofer. Warte mal, wir lassen uns mal von unserem besten Innenminister aller Zeiten inspirieren. Das ist bestimmt der Ruhrgebietstakt. Ah, nee. Ich habe keine Ahnung. Okay, alles gut. Noah! Der Rhein-Ruhe-Express. Ja. Du hast es nicht angezählt. Ich habe extra nicht ge... Was? Ich hätte anzählen sollen? Sorry. Nächstes Mal. Ähm, sind das nicht die Hälfte der Punkte, die ich bekommen würde? Ja, ich nicht. Danke. Eventuell vertan. Ah, schau. Der RRX. Ab 2030 soll damit zwischen Dortmund und Köln ein 15-Minuten-Takt herrschen. Natürlich kenne ich den RRX und ich bin auch schon viel mit dem gefahren, aber das ist mir nie als Projekt aufgekommen, dass es für mich einfach nur ein Bahnlinienanbieter wird. Oh, okay. Ah, okay. Ja, okay, der Bahnlinienanbieter wird. Nee, nee, das wäre dann Abelio bzw. National Express oder je nachdem, wer das war denn. Ja, aber mein Gott, ne, je nachdem, es ist mir fast egal, wie das Unternehmen heißt, letzten Endes. Es ist halt die Bahnliniennummerierung dieses Unternehmens. Da hat sich nichts anderes rausgelegt, außer, dass die Dinger halt hochnummeriert sind. Okay. Okay. Nimm die 20. Nimm die 8. Die 8. Die 8. Ich weiß, dass der Junge sich einen drauf rülter schrubbelt gerade, dass er dabei eine Frage kann, wenn er sich mal richtig gelegen hat. Geil. Das ist halt fassbar, ist das. Ja. Ja. Ich muss ja jetzt nicht wissen, wann Schalke der Selbstmordmeister war, aber das war er nicht. Ja, ich möchte... Vom Fragenniveau her ähnlich wie die 20. Die Frage ist schwer. Ich möchte die Frage vielleicht... Ich schäme mich jetzt schon dafür, aber egal. Ja. Ähm, weil's einfach lustig ist, hab ich's mit reingenommen. Wie heißt das für die Schärfe, wie heißt das für die Schärfe in Paprikafrüchten verantwortliche Alkaloid? Kapsaicin? Und selbst, dass ich die Frage mit reingenommen habe. Ähm, aber ganz ehrlich, das hätte ich zum Beispiel jetzt nicht sofort angegeben. Das Entsetzen ist, weil wir uns vor drei Tagen so unterhalten haben. Ja. Das ist belastend. Darüber kam auch, glaub ich, die Idee der Kategorien, ähm, des Kategoriennamens. Ich will nie wieder mitnehmen. Alles gut. Kann ich mitnehmen. Noah. Äh, ich gebe mit, aller Anfang ist schwer 8. Aller Anfang ist schwer 8. Okay. Ja. In dem Fors... Wer wird schwerer ist als die 20er-Frage? Ja, das wird jetzt so sein, aber... In dem Forspann welcher Serie sieht man unter anderem Bilder von einer Mitose, Dinosauriern, der Evolution des Menschen, Stonehenge, der chinesischen Mauer und der Boston Tea Party? Ähm... The Big Bang Theory. Ja. Das ist richtig. Nein, es ist jetzt egal, ich tue's. Fuck. Ähm... Das war vermutlich die Ersatzfrage für die Kategorie US-Sitcoms vom letzten Jahr... äh, vom letzten Mal. Die Ersatzfrage... Kann mich in vielen Fällen, die noch nicht gesehen haben. Das ist richtig. Ähm... So... Matthias. Ja. Eindeutig du dran. So, wie viele Punkte hat Mofi? 20. Sehr gut. Du hast 8. Kanzler und Präsidenten 16. Kanzler und Präsidenten 16. Wie heißt aktuell der Bundespräsident Österreichs? Äh, Thunderbolt. Das ist richtig. Wow. Nice. Gut, dass ich die nicht genommen habe. Nehme ich, nehme ich, nehme ich. Ja, das ist schon klar. Ähm, dann ist Mofi drin. Äh, Kanzler und Präsidenten 8. Kanzler und Präsidenten 8. Ich bin jetzt auf diese... Also, ich kann es mir so vorstellen, dass du diese Frage stellst und ich möchte einfach nur wissen, wann sie kommt. Ja, da nicht. Wie heißt der aktuelle Berliner Amtssitz des deutschen Bundespräsidenten? Ja, weil es halt schon mal in Bonn einen gab, ne? Zu Schloss Bellevue. Ja. Wie ist der in Bonn nochmal? In der Hamaschmiss? Ja. Genau. Ah, stimmt. Nein, ich hätte nicht gewusst. Bin gerade nur nicht mal... Oder nicht sofort zumindest. Ja. Jona. So. Äh, es ist immer von Vorteil, unberechenbar zu sein. Wir sprechen nämlich jetzt unter 20. Unter 20? Oh, nice. Das U-Boot U995 liegt als Museumsschiff am Fuße des Marine Ehrenmals in Laboe. In der Nähe welcher deutschen Großstadt, die auch ein Stadt- und Schifffahrtsmuseum besitzt, befindet sich in Laboe? Gammarich! Gammarich! Es ist viel witziger bei diesem Quiz zu erkennen, dass jemand anderes die richtige Antwort weiß und sich tierisch ärgert. Das ist schön. Es ist natürlich... Achtung, nicht richtige Antwort. Rotterdam. Nein. Äh... In der Nähe welcher deutschen Großstadt eventuell? Rotterdam. Ja. Äh... Die Einzelnen, die mir jetzt gar nicht beeinflusst haben, sind die Handelgebergehen. Ich sehe ja, dass du spammst. Es fällt in der Regel dazu, dass du langsamer antworten wirst. Äh... Die Großstadt ist übrigens ab 100.000 Einwohnern. Danke für den Hinweis. Problem ist, ich habe eine Stadt, die mir durch den Kopf schwebt, weil ich mir nicht mehr weiß, ob es eine Hafenstadt ist. Okay. Äh... Fängt auch mit Ro an. Ro? Ja... Ro... Aber... Rom? Die Hafenstadt von Rom heißt Ostia, danke! Aber ich sage auch nicht, dass Ostia die richtige Antwort ist. Ich auch nicht. Fängt nämlich nicht mit Ro an. Was? Ähm... Fängt mit gekocht an, ne? Achso, ja. Ich sag Hamburg, aber... Nein, Hamburg ist falsch. Okay. Okay, ich gebe die Wasser frei. Noah! Rostock! Rostock ist falsch! Falsch! Kiel! Kiel ist... Okay, Rostock war die Zoll übereingefallen. Ja, aber die hatte ich auch direkt im Kopf, deswegen war ich da so, die musst du jetzt einfach nehmen, weil du daran gedacht hast. Kiel ist die richtige Antwort. Schön. Es liegt direkt an der Kieler Förde. Rast du da schon mal? Ich stand vor diesem verschissenen U-Boot. Ja, 12. 12. Sehr gut. Nice. So, äh... Du darfst... Ja, nämlich aller Anfang ist schwer, äh... 12. 12. Aus der Gruppe Beginner, die bis 2003 als absolute Beginner bekannt war. Gegen welcher 1976 in Hamburg geborene deutsche Hip-Hop-Künstler hervor? Bekannt ist er für Songs wie O'Johnny und St. Pauli. Jan Delay. Jan Delay. Oder wie sein Bruder auch heißt, Gustav Echtzeit. Jan Delay oder bürgerlich Jan Philipp Eisfeld ist richtig. Icy Ice. Kann man ihn auch nennen. Icy Ice. Füchste sind keine Rudeltiere. Wartet mal. Das hab ich gelernt von den Beginnern. Darf ich... Die machen ziemlich guten Hip-Hop. Ja. Ich möchte mal kurz einen Bildschirm hier übertragen. Der Reim ist fett. Der Reim ist fett. Ich werde kurz reinschauen. Ah. Er zeigt uns jetzt ein Bild von dem U-Boot in La Belle. Genau dieses Ding. Ja. Bist du der da in der Mitte mit dem Ero? Ja. Easy. Sehr schön. Scheiße. Aber das hier ist... Richtig gutes Zeug. Nice. Richtig gutes Zeug. Alles klar. So, dann beginnt die nächste Runde mit Jona. Oh, ich hab auf den jetzt einen Platz geschafft. Hervorragend. Ähm. Das liegt daran, dass du sich seit zwei Runden vor Bundesliga 4 drückst. Ja. Wahrscheinlich. Möchtest du es nehmen? Ich trau mir diese Frage nicht zu. Nein, ich muss, ey. Ich kann ja nicht auf den letzten Platz bleiben. Und ich glaube, ein guter Weg, wie ich davon wegkomme, ist, wenn ich scharf und gefährlich 12 beantworte. Scharf und gefährlich 12. Richtig gutes Zeug. Richtig gutes Zeug. Ja, richtig beantworten wäre vielleicht ein essentieller Teil des Plans. Welche Waffengattung gibt es neben Säbel und Florett beim Fechten? Und Jona hat als ersten Tipp Spaten geantwortet. Ich kann dir sagen, dass es falsch ist. Ich werde die Buzzer freigeben, wenn ihr soweit seid. Okay, Kurzschwert. Das fand ich die echte Antwort. Das war auch falsch. Ist aber auch falsch. Okay. Matthias. Rapier? Leider falsch. Äh, Mofi. Holzschwert. Holzschwert. Haha, nein. Noah, möchtest du einen Guess abgeben? Nee, ich habe keine Ahnung. Und, äh, ich kann mich nur blamieren. Das ist der Degen. Oh, nee. Das ist jetzt nicht deine Hand. Doch. Säbel, Florett und Degen. Ja, ja. Ja, ja. Hätte man auch kommen können. Wir haben gerade auch wieder einen Intensmoment. Ja? Ja, den ein oder anderen. Okay. Ähm, wer ist dran? Matthias. So, wo ist Mofi? Zwei Sprachen. Ähm. Haha. Schaf und gefährlich 16. Okay. Welche Schauspielerin, die vor allem aus der Serie Game of Thrones bekannt ist, wurde 2015 zur Sexiest Woman Alive gewählt? Sophie Turner. Das ist falsch. Haha. Hier fehlt schon wieder einer. Noa. Noa, ich bin schon wieder. Noa, du hast aber... Ja, Noa. Noa, bitte. Ich sage, es ist Emilia Clarke. Das ist richtig. Ich habe zwischen den Beinen geschwankt. Sophie Turner ist zu jung. Sophie Turner ist zu jung. Die ist so alt wie ich. Äh, Emilia Clarke, die hat bei der Serie angefangen mit Mitte 20. Deswegen funktioniert das mit, äh, Sexiest Woman Alive. Schaf und gefährlich. Wann sie das gewählt haben? 2015. Oh, ja, das habe ich im Entschuldigung gewählt. Ähm. War gut. Ja, also scharf und gefährlich, äh... Ich habe gedacht... Ja, also das passt auf jeden Fall zu Emilia Clarke in dieser Serie. Ich werde mal experimentell. Habe ich mir mal gedacht. Ja. Nö, das passt schon ganz gut, würde ich sagen. Gab immerhin keinen Gries. Ähm, Moritz. Da können jetzt eigentlich nur Leute verstehen, wie Matthias Tretter. Ich... 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 Es kann nur noch das sein, sollte die... Meine überlegte Frage hier wieder dabei sein. Kanzler und Präsidenten 20. Ähm, jetzt hattest du gesagt, äh, du suchst eine Frage mit Musik, äh, im Bereich Kanzler und Präsidenten. Ähm, möchtest du diese Frage mal einmal formulieren? Vielleicht ist das ja sogar die Frage, die ich hier aufgeschrieben habe. Welcher Präsident... Trat schon, äh, Bundespräsident, trat schon einmal in der Hitparade auf? Das ist nicht die richtige Frage, die hier steht. Auch nicht. Richard von Weizsäcker mit hoch auf dem gelben Wagen, oder? Es ist Schäle, nicht Weizsäcker. Das sieht man richtig. Aber es ist... Es ist tatsächlich eine Musikfrage. Welcher Bundespräsident wünschte sich zu seiner Verabschiedung beim großen Zapfenstreich als Serenadenwünsche? Die Titel, über sieben Brücken musst du gehen, von Karat, Freiheit, die ich meine, und eine feste Burg ist unser Gott. Ja, Bundespräsident. Ja, zur Verabschiedung, ne? Also jetzt nicht der aktuelle. Ja, ja. Es wäre mir zu untrüppig von Gauch und Wulff. Ich geh jetzt mal von, von vorne nach hinten. Ähm. Ich würde nicht tun. Zu wem passt das? Ja. 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 Ich überlege echt zu wem das passt. Ja. Ich merke das schon. Ich habe zwei der drei Liga schon wieder vergessen. Ich kann sie nochmal nennen gleich. Ja. Ich habe sieben Brücken, die ich befrieren. Bei sieben Brücken musst du wählen von Karat. Also das Original. Ja. Ähm. Freiheit, die ich meine und eine feste Burg ist unser Gott. Ja. Da habe ich eine starke Tendenz. Ich hab auch eine starke Tendenz. Keine Ahnung. Da ist Noah gerade rausgeflogen. Das ist natürlich ungeschickt. Von Noah. Hallo. Lassen wir jetzt ausstehen. Ich hab auch eine starke Tendenz und geht raus. Ich höre jetzt auf den Griff. Nie wieder. Alles gut. Du hast nichts verpasst. Mofi überlegt noch. Überlegt noch. Das ist gut. Wäre auch eine Frechheit gewesen, wenn jetzt... Während mein Discord sich überlegt. Ich starte jetzt neu. Ja, keine Ahnung. Möchtest du ein Guess abgeben? Hm? Ich sage jetzt Köhler. Köhler ist falsch. Garde. Dann gebe ich die Buzzer frei. Noah. Ich gehe mit Wulf. Wulf ist auch falsch. Matthias. Gauk. Gauk. Gauk ist richtig. Ja, einer der beiden war's. Das wusste ich damals. Ein feste Burg ist unser Gott. Ist von Luther. Muss also ein Evangelium gewesen sein. Ach, Scheiße. Der war ja Theologier. Dementsprechend habe ich mir halt... Und gerade auch Karat. Ich glaube, Gauk hatte ja auch eine gewisse Connection zum Osten. Mhm. Genau. Ich weiß nicht, dass es Gauk ist. Aber ich hätte auch... Nun kenne ich mich damit leider nicht aus. Ja. Ist ja auch eine 20-Punkte-Frage gewesen. Die müssen ja auch schwierig sein. Teilweise. Aber es war eine gute Frage. Teilweise. Ich weiß, dass ich von jedem... Ich weiß halt nur, dass ich den Zapfenstreich schon gesehen hatte. Das heißt, ich wusste, dass es irgendeiner der letzten Präsidenten gewesen sein musste. Und ich habe den Zapfenstreich und Gauk nicht mitgekriegt. Ich gucke mir Zapfenstreich generell nicht. Beim Schreiben der Frage gelernt, dass... Der AKK bei ihrem Zapfenstreich ging es da, wie ich wurde einfach was auch immer als Verteidigungsministerin, oder? Ja, ja, ja. Ich weiß, dass der von uns zu Guttenberg, dass der Smoke on the Water hatte. Ja. Ich habe gelernt, dass ganze Serenaden heißt. Also das Wort habe ich in dem Zusammenhang des Schreibens der Frage. Wunderlein. Wunderlein. Wunderlein hatte Wunderlein. Wunderlein hatte Wunderlein. So, jetzt ist Noah in dieser Runde noch mit einer Frage dran. Genau, ich nehme Alleranfang ist schwer 16. Alleranfang ist schwer 16. Ja, das ist einfach zu einfach. Ja, das ist richtig. In Harry Potter und der Stein der Weisen heißt es ganz am Anfang. Mr. und Mrs. Dursley im Legüsterweg Nummer 4 waren stolz darauf ganz und gar... Punkt, Punkt, Punkt. Normal zu sein. Sehr stolz sogar. Worauf waren sie stolz? Normal zu sein. Normal zu sein. Normal zu sein. Normal zu sein. Das ist richtig. Das Hörbuch habe ich halt mehr als 16 Punkte. Ja, 0 Punkte. Ja, aber guck mal zum Beispiel Julian hätte das nicht gewusst. Wenn du nach Wunder ein Buch fragst. Das ist wirklich eine 60 Punkte. Matthias, Julian hätte das auf keinen Fall gewusst. Natürlich. Nee, das ist auch eine Buchfrage, deswegen alles gut. Das ist schon schwieriger, so ein Buch. Mr. und Mrs. Runde. Also sag mal so, die Frage eher als 20er als von der Frank. Okay, 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 okay. Ich nehme erst Feedback mit für die nächste Runde, die ich irgendwann mal schreiben werde. Demnächst. So, jetzt die neue Reihenfolge ist übrigens weiterhin Jona, Matthias, Moritz, Noah. Aber das ist für mich ganz einfach, mal den Überblick zu behalten. Jona. Ich trau mir im Ruhrgebiet nichts zu. Bei Unter kann alles als Frage dran kommen. Immer zwölf Unter. Unter für zwölf. Ich hoffe, dass alle U-Bahn-Fragen schon raus sind. Da waren ja jetzt schon zwei. Ja, ist richtig. Die U-Bahn-Fragen. In welcher süddeutschen Stadt gibt es auf den U-Bahn-Lilien U2 und U3 seit 2002 unter dem Projekt Rubin eine vollautomatische, also fahrerlose U-Bahn? In welcher süddeutschen Stadt gibt es auf den U-Bahn-Linien U2 und U3 seit 2002 unter dem Projekt Rubin eine vollautomatische, also fahrerlose U-Bahn? In welcher süddeutsche Stadt? In Nürnberg? Richtig. Ja. Dann war ich falsch. Dann war ich falsch. Ich hätte Frankfurt gesagt. Und in der klassischen süddeutsche Stadt? In Süddeutsch? In Nürnberg? Da war ich richtig gut gespottet und vollkommen gut umgesetzt. Ich wusste das sogar. Also ich war mir nicht sicher, aber ich hatte das auf jeden Fall gehört. Ich wusste nicht, ob ich davon gelungen habe. Es ist das Fall. Übrigens steht Rubin für Realisierung einer automatischen U-Bahn in Nürnberg. Kurz Rubin. Leck mich doch im Arsch. Wobei das R für Realisierung einer automatischen steht. Das U für U-Bahn. Für das U von U-Bahn. Das B für Bahn. Und das N für Nürnberg. Das I für in. Also völlig bescheuert. Das automatisiert. Das kommt aus dem Verkehrslogistik-Shit-ÖPNV-Studenten, oder? Die können das besser. Bestimmt. So. Dann ist dran Matthias. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo Mofi ist hier. Vier Punkte vor dir. Bundesliga 4. Bundesliga 4. Hör mal auf. Nee. Dann nehmen wir doch jetzt einfach mal. Unter 16. Unter 16. Welche U-Bahn-Station in Berlin heißt wie ein Roman von Harriet Beecher Stowe, der das Schicksal einer Reihe afroamerikanischer Sklaven und ihre Eigentümer in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten von Amerika schildert? Ja. Ich kenne nur Onkel Tumshütte. Das wird gut sein. Ich kenne auch nicht von hier. Ja. Harriet Beecher Stowe. Keine Ahnung. Du probierst mal mit Unter dem hin. Nein. Ich würde mit Westkreuz gehen. Oh, der ist auch gut. Ne, bin ich leider komplett raus. Was würdest du beim DQV hinschreiben? Bahnhof Zoo. Das ist leider nicht richtig. Dann gebe ich den Buzzer jetzt frei. Ne, ich sollte vielleicht erst toggeln und jetzt toggle ich den gleich nochmal, wenn ihr soweit seid. Ne, wir sind bereit. Ich guck mal. Vielleicht buzzert ja jemand. Erstmal buzzert einfach keiner. Jona? Unter einem anderen Namen? Unter einem anderen Namen heißt es nicht, nein. Moritz? Sade. Die Mönckebergstraße. Nein. Da waren zwei Jugendherberge. Jona? Ich hab schon. Ja, ich bin der Bundestag. Ich bin der Bundestag. Ich bin der Bundestag. Das ist auch falsch. Matthias, was hattest du nochmal ausgeschlossen? Ne, die gab's wirklich. Stimmt. Das ist wirklich Onkel Toms Hütte. Scheiße. Ich geh immer kurz vor Graben. Oh nein, Matti. Oh Gott. Was ist denn der? Das ist tatsächlich Onkel Toms Hütte. Und die Berliner Siedlung heißt so und dementsprechend die Überstückung. Weißt du mit wem ich das gerade verwechselt habe? Nee. Mit Daniel Defoe. Oh. Und zwar aus folgendem Grunde. Ich hatte nämlich als Kind beide Bücher in so einer Jugendausgabe. Und zwar Robinson Crusoe und Onkel Tom Süd und ich stand immer nebeneinander. Das hat mein Kopf gerade durcheinander geworfen. Was ne Scheiße. Nein. Das ist jetzt belastend. Ja, das ist aber hochgradig belastend. So Mofi. Ich kann aber damit umgehen. Okay. Deswegen habe ich nochmal gesagt, was hättest du hingeschrieben beim DQV. Weil ich das ja gehört habe. Ich dachte dann so, okay ich habe keine bessere Alternative. Also schreibe ich Onkel Tom Süd und auch wenn es falsch ist. Naja Bahnhof Zoo war meine allererste Aggression wie Kinder vom Bahnhof Zoo. Ah ja. Nach einer Station. Ja richtig. Schade. Ähm. Mofi. Das ist mir dann auch eingefallen. Ja. Mofi. Mh. 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 Chirurgie gemacht. Einfach wo Diamant-Skalpelle eingesetzt werden. Julian, du kannst doch einfach zu uns schwulen. Ja, genau. Warte mal, ich mach das mal eben kurz. Und zwar Augen deshalb, um möglichst keine Narben zu hinterlassen. Ja gut, das ist gut. So, dann... Das war eine 20er-Frage. Das war eine 40er-Frage. Ja, dass sich niemand traut. Noah ist dran, ja. Nämlich Bundesliga 4. Bundesliga 4, ja. Ich dachte gerade, dass sich niemand traut, in der Ruhrgebiet 20. Vielleicht hätte der das einfach mal R genommen. In welcher Liga spielen der VfL Bochum, der Hamburger SV, Holstein Kiel und St. Pauli aktuell? Die zweite deutsche Bundesliga. Im Fußball. Das ist eigentlich die Premier League. Im Fußball, im Fußball. Und zwar im deutschen, äh, im europäischen Fußball, also im Soccer. Du hast es mal gehört, du hast deutsche Fußball-Lieder gemacht. Das ist schon in Ordnung. Das ist schon... Das ist kompensierend. Das ist jetzt genug. War ich damit neben Jona der Einzige, der überhaupt Punkte gemacht hat? Oder lieg ich da? Wir haben, äh, glaube ich... Wir haben, glaube ich, ähm... Noah, da spielst du einfach mal zurück. Scharf und gefährlich. Genau, spiel mal zurück. Wir haben mit den... Wir haben zweimal... Zwei rote verteilt, diese Runde. Das ist richtig, ja. Die beiden hier. Okay. Tschüss, Julian. Ja, der ist mal schnell wieder weg. Der geht lieber wieder rüber zu den Ladies. Okay. So, neue Reihenfolge ist diesmal tatsächlich... Matthias, du bist punktgleich inzwischen mit Jona. Ja! Weil Jona aufgeholt hat. Das führt aber dazu, weil du hier weiter vorne stehst, dass du jetzt anfängst, Matthias. Geil! Ähm, nee, auch gut so. Wo ist der Movie? Ah, da. Immer noch vier. Ihr habt keine Punkte geholt. Scharf und gefährlich vier. Scharf und gefährlich vier. Okay. Welche Stadt in Nordrhein-Westfalen führt seit 2012 den amtlichen Namenszusatz Klingenstadt? Solingen. Solingen. Oh, das ist richtig. Das hätte ich nicht gewusst. Nicht? Muss ich eigentlich sagen. Ja, da habe ich einen Messerblock zu Hause. Genau, daher, weil die Messer herrschte. Okay. Dann bin ja offensichtlich ich jetzt dran. Leute, hier haben sehr viele Menschen Respekt vom Ruhrgebet. Ja, nachdem die erste Frage da schon so scheiße war und die noch in mittlerer Schwierigkeit arrangiert. Und wie ein weiter... Vielleicht ist die Schwierigkeit mir davon dreht. Kann ja dann nur besser werden quasi. Oder schwieriger auch. Welche Mächte denn? Wir hätten gerne Ruhrgebiet zwölf. Zwölf. Ja. Ist das der Pluralis Majestatis gewesen? Ja. Das war der Pluralis Majestatis. Eingesetzt zur Perfektion, wenn ich das anmerken kann. Welcher Essener Park ist aus der ersten großen ruhrländischen Gartenbauausstellung im Jahr 1929 hervorgegangen? Der Grüne? Fair enough würde ich sagen. Ich hätte einen halben Punkt gegeben. Ich warte mal kurz, ob er noch meine Antwort hier ernst meint. Habi, wer heißt denn der? Kronierenpark oder sowas? Ne, ähm. Doch, das ist der. Aber wie heißt der? Maxi, wo ist Maxi, irgendwas in der Art? Ich sag Maxi, Willian Park. Das ist falsch. Nur, wo ist der Maxi, Willian Park? In Haben. In Haben, wer wird? Der ist gezielt mit einem riesigen Lass-Elefanten, genau. Der, der, äh. Wunderbar zu irgendeiner Feldausstellung gepasst. Deswegen hab ich... Ah. Aber da hab ich immer den Namen des Parks richtig. Ah, okay, ähm. Buzzer sind freigegeben. Matthias. Warum, warum Buzzer-Tjona? Ich trau ja den Essenern generell nicht viel Kreativität in ihrer Benennung zu, deswegen tipp einfach mal auf den Gruga-Park. Damit bist du richtig. Jawoll. Nein, Tobi? Nee, Tobi? Hab ich dir wieder zu viele Punkte gegeben? Ja. Aber ich bin ja fair, wie ich bin. Ähm, aber das haben ja auch mehrere schon gesagt. Also, genau, ist die Abkürzung für große ruhrländische Gartenbau-Ausstellung. Gruga. Tatsächlich. Ähm, ich sehe übrigens gerade, dass ich hier wieder gleich Anschluss kriege, wegen Einsortierung der Fragen in Kategorien. Egal. Wie immer, wie immer. Ähm, dran ist... Besser kann man es halt nicht machen. An dieser Stelle, Moritz. Ich habe immer noch keine Ahnung vom Ruhrgebiet. Ja, das ist ja noch was anderes offen, ne? Ja, aber damit kriege ich keine Punkte auf. Ja, ne, das ist klar. Das war mein Plan. Du könntest uns aber auch die Punkte einfach wegnehmen, indem du Ruhrgebiet 20... Ruhrgebiet 16. Ruhrgebiet 16, okay. Ja, das wird schlimm. Ah, deswegen... Das ist jetzt auch nochmal. Zu welcher Brauerei gehörte das Dortmunder U ursprünglich? Ernsthaft? Ja, guck mal, jetzt sind die irgendwie... Oh nein, Junge! So, wem gebe ich denn die 8 Punkte jetzt? Nein, 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 nein. Ich habe keine Ahnung vom Pott. Ich habe keine Ahnung von Bier. Ja, ich konnte ja nicht wissen, dass du Ruhrgebiet 16 nimmst. Jo, warte mal. Was gibt es denn da? Wie heißt die, das Zeug, was ihr überträgt? Lass mich mal gerade überlegen. Oder habe ich es gerade hier stehen? Ne. Ich glaube nicht, dass du gerade einen Bergmann da stehen hast, oder? Ah, danke. Ich sage Bergmann. Ne, das ist leider nicht richtig, aber die Idee ist gut. Aha, die Ablenkung hat ja geklappt. Die Idee ist gut, ich gucke jetzt einfach mal, ob Noah als erstes buzzert und eine Idee hat. Aber Bergmann ist auch immerhin eine Brauerei. Okay, okay. Matthias. Ich tippe mal ganz frech auf die Unionsbrauerei. Ah, du hast schon wieder nicht angesagt, dass es ein Buzzer ist. Ja, das ist... Das ist immer noch nicht hinbekommen. Ich habe gesagt, ich gebe die Buzzer jetzt frei. Matthias, das ist richtig. Schade. Das ist richtig, Matthias. Warum gebe ich diesem Depp eigentlich Punkte? Hättest du schon mal Ruhrgebiet 20 genommen. Wer ist dran? Der Noah ist dran. Ja. Er wird komfortabel. Könnt jetzt natürlich den Dick-Move des Jahrtausends machen. Er war ein Guter sich auf seinen Lorbeeren aus. Oder... Einfach mal unter zwei. Ich überlege gerade, ob ich die Ruhrgebiet 20 machen soll. Aber wenn ich die mache, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da keine Ahnung von habe. Lieber sammle ich noch ein bisschen Punkte, glaube ich. Und gehe mit Ruhrgebiet 4. Ich sage an dieser Stelle, wenn du Ruhrgebiet 20 genommen hättest, hätten Matthias maximal 10 Punkte kriegen können. Und du hättest ihm richtig Punkte weggenommen, ne? Ja, der Punkt ist, wenn... Aber das ist natürlich sehr fair, dass du es nicht getan hast. Ruhrgebiet 4. Ich möchte was wissen. Nicht durch Nichtwissen dänzen. Welcher britische Geheimagent wurde laut seiner fiktiven Biografie angeblich in Wattenscheid geboren? Ich sage James Bond, aber ich habe keine Ahnung. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Somit habe ich wenigstens nochmal ein paar Punkte gesagt. Ja, in Wattenscheid. Steht in seiner Biografie. Ich war jetzt gerade bei Bruce Willis, aber der ist nicht fiktiv. Und der kommt auch woanders her, aber ich weiß, dass der irgendwo aus Deutschland... Das war kein britischer Geheimagent. Das stimmt eben so. Glaube ich, Matthias. Das kannst du nicht wissen. Ich kann es nicht wissen, muss ich gerade sagen. Nach zwei schönen Abstaubern, Matthias, bist du jetzt nicht mehr punktemäßig letzter. Das ist jetzt Jona gerade. Sondern zweiter. Aller Anfang ist schwer. Vier. Aller Anfang ist schwer für vier. Fuck ich, wir hätten bei Aller Anfang schwer bleiben sollen. Aber wieso? Das ist doch auch schön. Du hast doch vier Punkte bekommen. Ja, aber durch Glück. Welches Lied von Bon Jovi beginnt mit den folgenden Zeilen? This ain't a song for a broken hearted, no silent prayer for a faith departed. Matthias mutet sich und lacht sich erstmal in die Facecam. Oder er singt gerade. Das kann natürlich auch sein. Er singt. Das ist ein Cha-Cha-Cha. Das ist ein Cha-Cha-Cha. Wir haben darauf Cha-Cha-Cha getanzt. Das soll beim Wasser viel Aktion sein. Ich habe mal gelernt, dass man dann auch in Disco Fox drauf tanzen kann. Das kann wohl sein, ja. Ja, aber wir haben darauf einen Cha-Cha-Cha getanzt. Ja, also, was ich mal, die Aussage, ob die jetzt genau stimmt, weiß ich nicht. Habe ich zumindest gehört, dass man beides macht. Ja. Aber ich glaube, der ist zu langsam dafür. Es ist leider nicht meine Stärke und ich weiß ja auch, dass wir nicht zu lange rumraten. Sagen einfach On Point. On Point ist der Song, den du sagst, oder? Ja. Okay, nee, das ist nicht. So, ich gebe die Buzzer mal frei. Ich höre ja jetzt schon ein schönes Leertasengeklimper. Noa hat den Buzzer geriggt. Ich habe aber genau gesehen, dass der erst Mofi stand und dann auf Noa gewechselt ist. Bei mir war das aber eben so. Deswegen frage ich mich gerade, was ist jetzt richtig oder falsch. Was machen wir jetzt? Wollen wir einfach noch mal? Wir buzzern noch mal. Nein! Okay, ich gebe frei. Yes! Jetzt ist das ein Leiter. Ich würde sagen. It's my life müsste das sein. Das ist richtig. Das tut mir irgendwie leid für Mofi. Ganz ehrlich. Ja, vor allem wegen seiner Punktzahlen. So im Vergleich. Es tut mir leid, Mofi. Smile up. So. Aber Mofi, du kannst dich jetzt beweisen und du bist jetzt dran. Du könntest natürlich jetzt einfach Ruhe wie 20 nehmen und hoffen, dass du aufholst. Also irgendwas hat da gerade ganz funktioniert. Ah ja, guck mal. Jetzt funktioniert es wieder. Ah ja. Alles klar. Weil hier steht der Monitor und ich habe den Arm zu mir hergezogen. Der hat an den Monitor von hinten dran gehockt. Und der ist dann auf den Dämpfschalter, glaube ich. Aber hat den nur so halb reingedrückt. Soll ich das jetzt einfach machen? Und vor allem der Dämpf ist ein... Mach das. Dann bin ich ruhig gewesen. Richtig. Wir spielen hier ja wirklich nur zum Sparen. Das ist richtig. Warte mal, warte mal, warte mal. Mir ist gerade ein Fehler unterlaufen. Ich bin gerade aus dem Buzzer rausgeholt. Alles gut. Das ist natürlich jetzt wichtig an der Stelle. Das ist nicht jetzt wichtig, weil das unter Umstellen in 20 Sekunden wichtig ist. Ich hätte das ja schon gesehen. Bei mir steht dann Disconnected dahinter. So, jetzt können wir. Der Förderturm des Deutschen Bergbaumuseums in Bochum stammt von einer ehemaligen Zeche in einer anderen Stadt. Aus welcher? Also aus welcher Stadt? Der Förderturm in Bochum stammt... Des Deutschen Bergbaum... Genau, des Deutschen Bergbaumuseums. Weil das keine Zeche war, sondern ein Museum, was nachträglich gebaut wurde. Braucht die natürlich einen Förderturm. Aus welcher Stadt stammt der? Der Westen hat ja ihren Förderturm Zeche Zollfahrt. Ich habe nur einen Ohrwurm. Okay. Welche Stadt aus dem Pott könnte noch... ...ein Förderturm übrig gehabt haben für Bochum? Tja. Welche Stadt war so gut, um Bochum noch einen Turm zu geben? Vielleicht war es einfach auch Essen? Wahrscheinlich hatten die so ein Imperium, einen Förderturm. Und dann haben sie einen behalten und haben gedacht, oh ja, Bochum. Deswegen gehe ich jetzt mit Essen. Essen ist es leider nicht. Schade. Wäre ja schön gewesen. Da ist ein Buzzer geklärt. Ich würde sie jetzt freigeben. Und da mal gucken. Matthias, relativ quäm. Stumpf ist Trumpf und nehme Dortmund. Ja, das ist richtig. Ich hätte jetzt einfach spontan so gesagt, hätte gesagt so, ey, warum soll Bochum sich nicht von sich selber denn nehmen? Jetzt mit Bochum. Das wäre auch schön gewesen. Das wäre auch mein Ansatz gewesen. Das ist der ehemalige Förderturm der Zeche Germania in Maarten. Ah, okay. Hättest du sogar noch die Zeche auch hingekriegt. Ich hätte, glaube ich, noch Germania hingekriegt, weil ich wusste, dass es aus dem Reimat war. Aber da gab es nicht ganz so viele. Das ist richtig. Gut, äh, das... Ich wohne auch in der Stadt. Das ist dann vielleicht nochmal... Ich wohne da vielleicht bald auch. Ich habe morgen mein Urgungstermin. Du kannst jetzt übrigens mit der nächsten Frage nochmal Punktewerte aufholen. Naja, muss ich mir jetzt mal ganz genau überlegen, was ich tue. Ich muss natürlich jetzt irgendwie den Punkt-Ausschöpfungsmoment maximieren. Also nämlich Kanzler-Präsident 4. Yes. Wer ist aktuell der deutsche Vizekanzler? Olaf Scholz. Ja, das weiß ich nicht. Da hätte ich jetzt erst mal überlegen müssen. Matthias auch, aber nur kurz. Wer hätte überlegt. Ich wollte das Heiko Maas sagen, aber dann ist ja immer... Der ist nicht Finanzminister. Das stimmt. Ja. Womit mache ich dann weiter? Ich glaube, ich gehe mit aller Anfange schwer 2. Damit ich dann schon alle... Also ich hätte jetzt aus klimatischen Gründen gesagt, aller Anfange ist schwer, wird jetzt die letzte Kategorie. Ja, das stimmt. Aber jetzt hat sich Noah jetzt schon der Fertil. Kein Sinn für Drama hier. Ich hätte es ja beim nächsten Mal nehmen können, aber... Welche Spiele aus dem Nintendo-Universum beginnen in der Regel damit, dass eine Prinzessin von einer Art Riesenschildkröte entführt wird? Das sind die Mario-Spiele. Ja. Oder Super Mario-Spiele. Mario reicht nicht aus, aber Super Mario ist natürlich... Alles gut. Ja, Mario Kart beginnt ja nicht damit. Ja, das ist richtig. Ich werde jetzt die Unterkategorie abschließen. Unter? Okay. Ich bin unbedingt sehr, sehr, sehr enttäuscht von dir, Tobi, dass in der Unterkategorie nicht wirklich irgendeine mathematische Untergeschichte kam. Da kommt jetzt noch eine Frage, ne? Wenn die da jetzt kommt, dann bin ich nicht mehr sehr enttäuscht von dir. Nein, ist aber nicht. Dann bin ich sehr enttäuscht von dir. Ähm... So. In welcher Stadt wurde 1863 die erste U-Bahn-Strecke weltweit eröffnet? Das sind zwei Punkte-Fachmeldungen. Ja, ich weiß. Aber es war ein paar andere. Ja. Es gibt halt wenig Ideen. Ich weiß nicht, woher das kommt, dass das hier so häufig in Quizes bei mir vorkommt. Vielleicht steht es ja auf Twitter. Moment, lass mich mal nachgucken. Trump-Fan. Das steht so einfach Twitter aus dem Jahr... Doch, doch, doch. Hashtag New Yorks, äh, 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 London Underground steht bei ihm in der Bio drin. Habe ich heute noch gesehen, weil ich heute nachgeguckt habe, ob das heute Abend gestreamt wird. Achso, ich habe wohl nicht, äh, bei Twitter was geschrieben, ne? Genau, deswegen habe ich nachgeguckt. Ähm, Mofi. Jo. Hohe Gebiet 2, los. Nee, Kanzler und Präsidenten 2. Okay. Wer ist die aktuelle Bundeskanzlerin? Wer war der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland? Von 1949 bis 1963. Ah, die Nauer. Schlippig. Danach kam B-Denauer und dann C-Denauer. Nee, das ist falsch. Boah, der hat mich noch mal einen Husten, der hat den Schadenkopf, das ist unfassbar. Äh? Ah, wunderschön. Hat mich schon wieder, hat mich schon wieder definitiv erhalten. Alles klar. So. So, Matti. Ich nehme jetzt scharf und gefährlich 2, weil ich eventuell hoffe, dass ich 2 nix weiß. Ja, scheinen sie aber auch. Wann wurde Schalke das letzte Mal weiß? Das hätte im Bundesliga stehen müssen. Passt auch ins Ruhrgebiet, ne? Okay, die müssen nicht weit weg. Achso, ich sollte eine Frage vorlesen, ne? Boah, das ist ein Problem. Wie heißt die Skala, in der die Schärfe von Paprikafrüchten angegeben wird? Sko-Vill. Sko-Vill ist, äh... Diese Frage, ich war mir vorher sicher, dass diese Antwort kommt. Ja, ähm, ich weiß nicht, die Auswahl ist so groß. Ich glaube, ich nehme Ruhrgebiets 2. Hätte auch Mofi nehmen können. Welche Stadt des Ruhrgebiets besingt Herbert Grönemeyer in einem seiner bekanntesten Lieder? Ja. 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 Klappach. Bochum, Bochum. Bochum. Ja. Denn er kommt aus ihr. Er kommt aus ihr. Ja, das ist echt gut. Das klingt nicht gesund. Trotzdem besser als ein anderer, na. Hm? Bitte? Mofi? Mötikulier dich ruhig, das ist gar kein Problem. Klappach. 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 Jetzt bin ich erstmal gespannt, auf welche Kategorie die finale Frage kommt. Genau. Kannst du das diesmal vor allem setzen? Ja, äh, die Kategorie ist, äh, Chemie. Oh, leck mich am Arsch. Ja, hatte ich mal LK? Kann man, kann man auch 0 setzen? Ich setz 0. Äh, ne, mindestens 1. Ich muss mindestens 1 Punkt setzen, ja. Okay. Ja, und maximal deine erspielte Punkte. Ne, warte, warte, warte. Kann ich das noch evidieren? Ja, ich hab noch nicht reingeguckt. Okay, das ist jetzt richtig, so. Okay. Okay, äh, ich guck mal kurz rein, ähm, da haben wir erstmal Matthias, der sitzt, äh, 117 Punkte, das ist nicht erlaubt Matthias. Stammt! Das fällt nicht auf. Dann haben wir hier Jonah, der setzt, das pünktlich zum Finale wieder... So! Jonah, der setzt minus drei Punkte, auch das ist nicht erlaubt. Hä? Ne, 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 da, 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 da... bitte mal nachlesen, da steht bei mir nirgends wo Minus 3 ok ich dachte, was wolltest du dann nachsagen, nachdem, äh wurde er? haben schon alle geantwortet? nein, die Frage wurde noch nicht gestellt bei der finalen Frage, wie viele Punkte setzt du? ich, Julian, wie viele Punkte setzt du? ich setz 73 bitte Kategorie ist geschehen dann setz ich 75 ne, aber, ok, aber, ist Minus 3 wichtig, dass das bei dir steht? bitte? ist Minus 3, dass das bei dir steht? nein ok 117 stand übrigens auch nicht das war ein Witz du darfst die Punkte ja auch erst verraten, wenn die ganze Nummer durch ist deswegen, ich hab noch nicht mal die Frage gestellt ja, das ist, man, manchmal ist es bei Tony die Frage kommt jetzt und zwar, für die Entwicklung welcher Art Batterien wurde der Nobelpreis für Chemie 2019 vergeben? könntest du es bitte nochmal stellen? ich war gerade eben kurz AFK beziehungsweise, meinst du steht es? sie steht auf dem ah für die Entwicklung welcher Art Batterien wurde der Nobelpreis für Chemie 2019 vergeben? schon wieder nur 5 Fragen falsch, wie geil ist das denn? hm der ist richtig ah dann bin ich glaube ich zu den falschen Momenten immer hier reingekommen wenn ich immer bei den, bei den schweren Kackfragen hier war ich hätte gerne Antworten und keine Fragen Noah ja das ist meine Antwort ja ok ich hab zwar keine Ahnung, aber das ist meine Antwort alles gut Mufi schreibt da noch jetzt bin ich gespannt ok also gesetzt haben Noah hat zwei Punkte gesetzt mutig mutig Moritz ist genauso mutig hat einen Punkt gesetzt ok Matthias hat wenn ich falsch hab vom Hof nicht vorbei 25 wow Muf Matthias hat leider 25 gesetzt ein Kenntagel und Jonah hat 33 Punkte gesetzt so ich kann mal wieder die Intention dahinter erkennen ja ja absolut was haben wir denn hier für Antworten Julian sagt die Gebote von Panem ne warte mal exakt also dafür dass das Mufi gerade schon geschrieben hat ich geb einen Punkt hat er jetzt geantwortet Kalium Elektronen Batterien ach am Arsch das ach am Arsch das ach am Arsch und das Matthias hat ähm Wasserstoffzellen genommen Noah ist sich nicht sicher schreibt Lithium-Ionen Fragezeichen und Jonah schreibt auch Lithium-Ionen Batterie also ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß also Matthias Mufi ihr seid beide falsch denn es sind tatsächlich Lithium-Ionen Ionen oh Gott warte mal wirklich es gibt ja schon länger Lithium-Ionen-Akkus das war ja da Batterien gefragt oh Gott es ist hier Liste der Nobelpreisträger für die Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien boah wow okay ähm weil weil ich wäre jetzt gerade bei der Frage gewesen zählen Wasserstoffzellen als Akkus in dem Sinne oder als Batterien ja das ja das dauert schon mehr LK das ist nicht der Punkt Jonah du bist ein fucking Tier vom letzten auf den zweiten Platz ist halt mal richtig gut ich bin ich bin ich bin super stolz den ersten Platz den ersten Platz den ersten Platz konntest du auch nicht erreichen äh weil da weil Noah nicht genug Punkte gesetzt hat und auch richtig beantwortet hat ja der erste Platz war hier außer Reichweite deswegen Glückwunsch an Noah äh für den ersten Platz ja ich zementiere hier meinen Platz Julian ich hoffe ich hatte dich gut ersetzt in dieser Runde hast du du hast gewonnen so Mufi und Matthias bei euch wäre sogar fast egal gewesen mehr zu setzen denn ihr habt ja leider nicht die Antwort gegeben die gesucht haben ja hätte ich 40 gesetzten Lithium-Ionen gesagt dann dann wärst du aber locker Zweiter gewesen ja aber er hat ja zwei er hat ja zwei Kriterien nicht geschafft Drecksack Martini du Drecksack dieses Gesicht gerade ist so unglaublich so aber Julian man muss sagen ich hatte halt auch echt Glück mit aller Anfangsstelle das war das war einfach so ein Blindgäster das war halt auch einfach eine sehr witzige Frage muss man ja auch mal sagen ja Noah ich möchte jetzt kurz eben das Video beenden wenn ihr nichts dagegen habt deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen wir werden wahrscheinlich weitere Quizzes in der Richtung machen bitte bitte wirklich ja 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 ich trage die Punkte nochmal eben in die ewige Tabelle ein damit kriegt Jona ähm welchen Platz hast du gemacht? Zweiten das sind 16 Punkte Noah kommt jetzt auf 10 Punkte Matthias Matthias kriegt 6 Punkte dazu ja und äh Mophie ist da da haben wir noch einen Reichstand da müssen wir noch dran arbeiten genau ich muss jetzt hier natürlich die Anzahl der Teilnahmen bei euch nochmal richtig machen sonst stimmt das hier nicht in der Tabelle bis jetzt das nächste Mal Matthias dann nehme ich nicht mehr die Ruhe so also bis bis zum nächsten Mal danke fürs Zuschauen tschüss 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 tschüss